Ich weiß nicht, ob ich mich schon vortrauen soll. Ja, wenn sie dich nicht sehen, sind sie ziemlich langsam. Das ist ja gerade das Blöde. Ja, ich bin mir nach der einen Szene von damals nicht mehr so sicher. Ja, ja, wenn sie dich sehen, dann rennen sie schon. Rennen. In Anführungszeichen ist ja schon. Als ich mich jetzt ziehe, bin ich gearscht. Äh, ja. So, scheint da nicht da zu sein. Oh ja, da ist es, da hinten. Okay, ich muss, wenn es weg geht, muss ich ihm wahrscheinlich folgen. Kommt er her? Oder ist er jetzt woanders reingegangen? Ich weiß es gerade nicht. Die Musik wird auf jeden Fall beruhigt, ja. Ich höre es aber noch. Siehst du es auch? Die Tür da ist jedenfalls offen. Ja, da kam es noch raus. Da wird es auch wieder rein sein. Okay, das ist mir jetzt gerade egal. Darum wird es überschrecken, muss es eine Tinderbox sein, von der ich eh unzählige habe. Das kann ich aber ziemlich verdächtig laut, weißt du das? Und das wird auch schlimmer. So. Jetzt bin ich gesandwiched. Oh, da ist es auch. Ich stehe schon weg, ich stehe schon weg. Oh, ich glaube, das taugt sich. Oh, da steht da, ne? Bleib da, bleib da, bleib da. Oh, 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 oh. Nein, nein, nicht. Wo ist das? Renn, renn da raus. Renn, 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 renn. Ich bin schon dabei. Wenn der jetzt dann natürlich am Boden rumkrebst, bin ich gearrscht. Ja. Mein Maus zieht schon ein bisschen länger. Oh, Gott sei Dank. Oh mein Gott. Du zitterst voll. Leck mich am Arsch, ey. Ey, ein bisschen länger und er hätte schreien angefangen und sonst was. Ja. Oh, lecker, schau mal die Sicht an. Oh, da würde ich nicht mehr drin klanschen. Geht auch gar nicht mehr. Oh, lecker, mein Maus schwimmt voll. Ich gehe mal in den Machine Room und mache dann Progress. Ja, wenn ich jetzt Progress mache, geht es hoffentlich wieder. Ey, wenn der jetzt noch so ein Viech sieht, dann glaube ich, haben wir ein Problem. Also ich, du, lieber jetzt in Panik ausbrechen, wo ich der Meinung bin, es kommen keine Viecher, als dann, wenn ich direkt hinter einem stehe. Gerade eben, ja. Aber die ist jetzt runtergegangen, die Sanity. Leck mich am Arsch. Eieiei. Und Slide Headache zu... Punkt, 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 ja. Wir kommen jetzt gleich und wir runterfahren mit dem Aufzug an eine Stelle, wo wir damals gestorben sind. So. Okay, was haben wir für Rods? Wir haben... Trinity Steam Rod. Und den 4-Face-Öklaß. Gut. So, dann mach mal deine... Ach die Kohle noch, musst du reinschmeißen in den Boden. Mach mal. Ach, habe ich den auch nicht reingeschmissen? Nee. Oh, okay. Ich werde mal nicht, ich habe den schon reingeschmissen. Ich werde mal nicht reingeschmissen, wie deine Maus geht. Ja, die zieht auch vor. Ich kann dich nicht richtig direkt steuern. Ah, okay. Ich hoffe, dir wird es besser, die Sanity Hay. Ja, das wäre zumindest Ratsahne. Oh, Gott sei Dank. Oh. Lauf ich irgendwie. Oh, ich muss den Kierdreis. Von 0 auf 100. Ich kann mal schauen, wie lange. Okay, ich will da nicht reinlaufen. Ah, danke schön. Wenigstens das lassen sie uns. UABABABAB Ah, fuck. Lächeln! Alles gut. Kann ich hier bescheiden? Ah, beim Aufzug geht die SanText Reverse nach runter. Wenn ich mich recht entsinne... Ein paar Katzen-Busse. So. Aufzug. Ja, 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 ja. Sag mal, haben wir das jetzt schon wieder übersprüngen? Wir waren, wir sind noch nicht in das Stadion. Ja, aber das machst du jetzt nicht so, oder? Was mich da da ein bisschen verwundert, wie habe ich letztes Mal bündeschön die Explosives sammeln gestorben? Stimmt, ja. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass da so Rubble überhaupt gelegen war. Strange, ja. Ich finde, das verwundert mich auch ein bisschen. Das stotzt dich ab, oder? Nee. Entschuldigung. Das war nicht sehr... Ein Shisha-Zug wird dir deiner Sanity helfen. Nicht sehr Gentleman-like. Bei mir wird ein Schluck Jäger-Cola helfen. So. Das ist ein Schrappchen, ob es hier noch ist. Komm, diese Richtung. Was war das? Entschuldigung, ich sollte dich erwähnt haben. Eine von meinen Verantwortlichen als Baron ist die von einem Präsentwärten. Hier ist es, wo Kriminale geschlossen sind. Wie ein Stadion? Sehr gut so. Komm, nicht zu schlafen. So. Lass mich wieder nochmal alle Sicht haben. Okay. Wenn ich solche Steine verschieben kann, wundert es mich, dass der sich nicht wehren kann. Ja, das wundert mich sowieso. Man kann auch irgendwas nehmen, was es da rumliegt. Auch eine von diesen Werkzeugen, die da sonst immer rumlagen. Sicher an den Kopf werfen zumindest. Naja, sagen wir an den Kopf werfen geht ja, du bringst nichts. Das ist aber eine Kropfstahlkerze. Kropfstahl. So. Ja, 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 ja. Ah, freundlich. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das war. Weißt du es nicht mehr? Da vorne an der Treppe hin. Schau mal, diese Rubble dahinter, die noch mal. Mensch. Der hier? Ne, kann ich nichts machen. Okay, machen wir mal weiter. Ich bin ziemlich sicher, dass da vorne ein Viech war. Das war zumindest damals ein Zwar. Das kommt jetzt dann von da oben runter. War ich zumindest auch, was sonst? Diesmal sind es Rappen. Die Tür neben dir? Das ist, äh... Ich kann es immer versuchen aufzumachen. Ja, geh da mal rein, bitte. Lockt, geht nicht. Ähm... Nein. Ausreden. Ausreden. Damals hat es uns voll zerlegt. Da ist irgendwie ein Cave ent gewesen. Irgendwas ist eingestürzt und um das Viech kam. Und frag mich nicht. Voll heftig. Das kam von da oben runter. Ich sehe es kommen, dass du irgendwann direkt in eins reinläufst. Dass die Musik gleich abgeht. Das ist knackt jedenfalls. Hier muss irgendwo eins sein. Hoffen wir, dass es nicht hinter dir. Ja, ich werde es schon merken. Also irgendwas knackt hier und in seiner Sicht ist es auch ziemlich blurry. Ah, da kommt es auch schon. Hat es halt nicht das jetzt gesehen? Ich hoffe es mal nicht. Ansonsten... Ja, das ist blöd. Hier ist da an sich kein Fluchtweg. Aber hier ist Licht. Warte mal einfach, bis es wieder verschwunden ist. Ja, geh mal rein. Das wird schon wieder weg sein. Die Musik schaut schon wieder gut aus. Oder hört sich gut an? Die Musik schaut gut aus. Ja. Okay. Ich sehe nichts. Höre auch nichts. Ah, jetzt höre ich es wieder. Echt? Das ist doch nicht dieses Knacken. Ich will mich nicht sehen, dass es Knacken die Viecher sind. Hä? Ich bin verwirrt. Deine Sanity, wie geht es dir? Sag ich doch, das geht hier total schnell runter. Dahinter will ich nicht. Aus gutem Grund. Aus gutem Grund. Okay? Where is she? Where did she go? No. Hotel. I'll never tell you.